mit Hallo und ein herzliches, willkommen zurück, meine Freunde, hier zur Yu-Gi-Oh! Es ist Zeit von Drea-Oh! Der zweite Part ist dran, den letzten Part haben wir hier die 2 hier erledigt, einmal Joey und einmal Seto Kaiba! Wow! Man kann es natürlich wiederholen. Aber ich will ja hier gerne weiterspielen. Umkehrenduell. Man kann jetzt mit Seto Kaiba spielen. Oder? So wie es aussieht. Wäre natürlich auch geil. Ich glaube, ich spiele erstmal alle Duelle so durch und nachher umgekehrt. So, erstmal kommt jetzt die unbesiegbare Riesenmotte. Oh ja. Nach seinem Sieg gegen Seto Kaiba war Yugi verwirrt. Ein Paket von Maximilian Pegasus, dem Schöpfer von Duel Monsters zu halten. In der Box war ein Videoband. Yugi legte die Kassette in den Videorekorder und Pegasus' Gesicht tauchte auf den Fernsehbildschirm auf. Grüße kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe ein paar furchtbar interessante Dinge für dich gehört. Ein eindrücklicher Sieg über Seto Kaiba fasziniert mich so sehr, dass ich beschlossen habe. Ein erstaunlicher Duellea-Fähigkeiten persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell halten. Plötzlich erstarrt ein seltsamer geheimnisvolle Magie die Zeit, sodass niemand sich bewegen konnte außer Yugi. Diese dunkle Mission, in der wir hier befinden, ist als schattenreich bekannt. Und ein mysteriöser Ort, einem unglaublichen Monster, beschworen werden können, und dass unmittelbar ausmöglich ist. Sag mir, wie glaubst du es gibt Magie in den Karten? Weißt du es in dir nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Was ist denn an der Sage, dass ich es nicht habe? Hä? In den Artikelzeiten an dir geht das Stattenspiel. Starke Fahrer-Uinen wurden Misty und Duell in anderen Dimensionen erhalten. So wird es jetzt tun. Doch statt Karten kämpfen sie mit echten Monstern und echter Magie. Eine magische Kraft wäre so mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und fast die ganze Welt zerstört. Das ist eine gute Geschichte, aber diese Monster könnte nicht echt sein. Diese Monster sind sehr echt und auch sehr gefährlich, Yugi-Junge. Du bist wirklich sehr unterhaltsam, dein finster Blick und Grinsen so trotzig und doch hilflos und so völlig unwissend von der Kraft deines Millennium-Puzzles. Yugi sah nach unten auf das Millennium-Puzzle, das sie um den Hals trug. Die Kraft von meinem Puzzle? Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Fahre die Magie der Schattenspitzen. Die sieben Misty-Millennium-Gegenstände. Sieben Gegenstände? Du sagst, dass mein Puzzle eins von ihnen ist? Ja, und Setukawa hat das Auge. Ja, und es müsste ja Energien in sich verschlossen. Magie ist ein Leben für Emma verändern könnte, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Als die beiden sich duelierten, schien es so, als ob Pegas jede Bewegung von Yugi wusste, bevor er es tat. Trotz diesem Nachteil, so nahm Yugi alle seine Fähigkeiten und hätte fast gewonnen, aber Yugi lief die Zeit davon, als das Teilnehmer überschritten wurde. Ich habe das Maß deines Talents heute gesehen, Yugi-Modo, und wenn wir uns das nächste Mal duelieren, werden wir für deutlich höhere Einsätze spielen. Ich bin fertig mit deinem Spielchen. Zzzz, du vermustest, dass es dir eine Wahl in deiner Sache gäbe, aber mache ich nicht. Ich besitze auch eines der sieben Millennium-Gegenstände, das Allmächtige-Millennium-Auge. Eine Millennium-Auge? Das ist richtig, Yugi-Junge. Ich werde dir das wahre Ausmaß seiner Magie zeigen. Ich habe festgestellt, dass mit dem richtigen Einreiz jeder zum Spielen bereit werden kann. Die Macht ist im Millennium-Auge attackiert und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte nur entsetzt zusehen. Yugi! Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi, wenn du es willst, die Seele deines Großvaters zurückzugewinnen. Yugi hatte keine andere Wahl, als Pegasus' Duelist Kingdom-Turnier teilzunehmen, damit er seinen Großvaters Seele zurückkommen konnte. Beim Duelist Kingdom wurde jedem Duell an zwei Sternen-Chips gegeben, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel zu kämpfen. Wer auch immer zehn Sternen-Chips gewonnen hat, herhielt er uns zum Turnier ein Finale, wo sie zu einem Hauptpreis von drei Millionen Dollar und die Chance, sich gegen Pegasus duellieren würden. Sein ersten Duell musste Yugi gegen einen hinterherrigen Weevil Underwood antreten, ein Duellant, mit dem ein bisschen Geschichte hatte. Während der Fahrt mit dem Schiff zum Duellist Kingdom nahm Weevil Yugi's kostbare Exodia-Karten und warf sie in den Ozean. Also, als Yugi Weevil auf der Insel saß, sagte er ihn nachher in den Wald. Herzlich Willkommen, sagt die Spinne zu Fliege, du flugst dir in meine Falle. Es ist Zeit, dass du für die Störung meines Exodia-Karten bezahlst, Weevil. Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Weevil, du Zeit, um herauszufinden, ob du gut im Duell lernen bist, wie du mir weglaufen bist. Bin ich einfach weggelaufen, da habe ich dich geschickt in ein Netz gelockt. Zeit für ein Duell! Und wieder Geschichte. Ja, das war die ganze Geschichte, kurz verpackt, wie sie damals in der Serie hervorgekommen ist, wo sie über 100 Folgen gelaufen ist. Ja, ja, und jetzt der Weevil, der hat ja sein Kaukau der Revolution gehabt, wo seine Riesen-Motte da kam. Oh Mann, die war damals echt mächtig. Schauen wir mal. Ich spiele als Erster, ich spiele immer gerne als Erster. Und der Exodia haben ja nicht mehr Erzieher über... Ah, Einzelmodus, eine Runde. Okay, Erzieher damals über Bord geworfen und jetzt spielen wir mit Polymerisation und so. Oh. Cool. Äh, neun. Äh, was haben wir denn eigentlich als... Ah, okay. Brauchen wir Gaia. Äh. War ich nicht gezogen? Lol. Verarschen? Lol. Toll, was für Karten wir haben. Äh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott, ich kriege ihn so auf die Schnauze. Hab ich so das Gefühl. Bald, ja, und seine Käfer. Uh. Geil. Also mit den Karten auf der Hand. Ist klar, kann man auch gewinnen. Ja. Ah, der Hero hat er vorne nicht gezogen. Komische Sache. Ja. Hm. Gut. Was ich mit denen so viel machen kann. Oh Mann. Was ist das für ein Deck, Yugi? Bäh. Wäre jetzt Gaia noch ziehen. Wäre es so geil. Oh Mann. Heulendes Insekt. So reicht es. Es reicht nicht. Es reicht gerade nicht. Glück gehabt, hä? Ich könnte natürlich sein, äh, Wald kaputt machen. Ich glaube, das mache ich auch. Und sein Bohnen weg. Whiii. Ach nee, das ist nur... Ach, das ist scheiße. Ich fühle, dass ich immer zerstört. Äh, er hört einen Mann zum Tipp Insekten, wenn wir kriegen um 200 Punkte. So, was macht... Ja, ich hab... Er hört einen Mann zum Tipp Insekten und Fels. Das ist scheiße. Äh, äh... Geflügelter, Nisaurier. Er gehört dazu, ungeflügelter. Das ist ein Drache. Nisaurier. Tommy und Fels. Du scheiße. Weil 1,4 angreift. Er hat 1,2. Doch Boni, oder nicht? Er hat 1,4. Ja, auch 1,4. Wow! Wenn diese Karte durch die Kopfzerstörung auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du ein Monster von den Zipi-Zekten verbringen. Als Zerke, ich bitte aber beschwören. Lass mich verarschen. Wir beschwören mal. Da ich ja leider keinen Boni krieg, werden wir einfach die Endphase gucken. Und gucken, dass er keine Insekten beschwört. Okay. Okay. Alle 1,4 Angriffe. Wabuku! Was? Wie jetzt? Wie geht das? Loll? Wird das gemacht? Ich verarschen. Ich hab doch gar nicht so einen Effekt. Das störe alle Spielverzauber auf. Und ich füge deine Lifebuen. Jedes Spiel ist in jeder Mann. Das kommt jetzt. Geil. Aber ich kann... Scheiße. Ich kann... Ich kann... Beschwören. Ich mach jetzt einfach. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich hab Angst vor dem. Aber macht er sowas? Lass mal den weg. Zack. Pam. Endphase. Ich glaub, bald zerstören sollen. Aber da warte ich noch drauf. Wenn er jetzt irgendwas hat... Ah, nix. Okay. Reilungsmodus? Okay. Zug ändern. Tor-A-Phase. Gut, ich hab mich wenigstens in der Wall. Doch ganz gut in der Wall zu haben. Lass mal den weg. Wir räumen langsam das Feld auf. Hoffentlich kein Koko oder so. Sonst gibt's ein dickes Problem. Komm, jetzt zieh mal was Gescheites. Gaia! Gaia! Gaia der Gaia. Gaia der Gaia. Wir können aktivieren. Machen wir. Polymerisation! Drachenmeister Gaia. Das und das. Zack. Fusion! Wuhu! Zack! Drachenmeister Gaia. Drachenmeister Gaia. In den Angriffmodus, please. Jetzt guckst du blöd, mein Freund. Battle-Phase. Ich weiß nicht, was da verdeckt liegt. Mach' ich einfach den kaputt. So. Okay, er holt nur einen normalen Käfer. Ach so, er holt einfach ein mit viel Defense. Und tschüss. So muss es laufen. Genau so. Nicht anders. Juhu! Bin ich damals noch anders? Oh. Das geht gut. Okay, wieder so ein Käfer. Das greift sich nicht tatsächlich an. Ich hab' nichts draus gelernt. Zug beendet. Raphors. Raphors. Setzen. Battle-Phase. So. Wir schauen. Du kriegst erst mit dem einen ab. Pam! Und tschüss. Oh, Kokor und der Revolution. Huh! Huh! Der ist weg. Da war das Kokor. Das muss eine Riesenmutter rauskriegen. Ja. Ja. Endphase. Ja. Ich glaub. Er kann nicht mehr so viel machen. Will. Jep. Einen als Tribut. Den hier. Zack. Pam! Eigentlich kriegt er nur R-Attacker, oder? Ja. Und R-Attacker. Angriffsposition. Battle-Phase. Ich freu mich die Arme jetzt, was mit 2500 ist. Okay. Brauchst nicht. Egal. Attacke. Pam! Und er ist fertig. Starred. Ja. Scheiße. Weebel. Weebel Underwood. Gewonnen! Ja! Es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Nein, nur möglich. Meine Mod ist unschlagbar. Ob das die nicht mehr draußen gehabt hat. Umgekehrt. Kann ich ihn spielen. Das ist geil. Gartenpreis. Gartenpreis. Und Siegerpunkte. Cool. Die Harpie ist das nächste Duell. Und das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Ja! Das ist doch ein bisschen länger. Das Duell. Ja. Ja. Seid einfach im nächsten Part hier dabei, wenn wir die Harpie spielen. Lasst einen Daumen, Kommentar da. Und bis zum nächsten Duell. Bis dann. Ciao! Ciao!